In diesem Video zeige ich euch 10 spannende 3D-Druckprojekte vom Rocky Mountain Rap Rap Festival in Loveland, Colorado. Von einem neuen Düsen-Schnellwechselsystem, spannenden Mehrfarb- und Toolchange-Druckern hin zu einem Desktop-EDM. In diesem Video ist für jeden etwas dabei. Fangen wir gleich mit dem ersten Stand an. Die Firma Swiss3DC hat auf dem Event ihr neues Starlex DHB-Hotend vorgestellt, mit dem der Düsenwechsel noch einfacher werden soll. DHB steht für Dual Heat Block, also zwei Heizblöcke. Diese werden von einer verstärkten Silikonsocke zusammengehalten. Für den Düsenwechsel nimmt man dann einfach die Socke ab und klappt die zwei Heizblöcke zur Seite. Die Düse ist einfach nur auf den Heat Break gesteckt und lässt sich dann ganz einfach wechseln. Besondere Merkmale sind außerdem die große Kontaktfläche zwischen Heizblock und Düse, sowie die Kompatibilität mit verschiedenen Heat Sinks. Gezeigt wurden Hotends für Prusa, Creality, BambuLab und Standards wie V6. Während der E3D Revo Heater Core nur als ganzes Teil getauscht werden kann, lassen sich beim DHB-Hotend Thermistor und Heizelement einzeln tauschen. Die Reparierbarkeit ist damit deutlich besser. Einen Nachteil sehe ich zur Zeit jedoch darin, dass es für diesen speziellen Düsentyp noch keine gehärteten oder Highflow-Düsen gibt. Letztendlich wird der Preis darüber entscheiden, ob sich dieses Hotend durchsetzen kann. Ich werde das Projekt definitiv weiter verfolgen. 3D Chameleon bietet ein sehr spannendes, offenes Multimaterial-System an, mit dem sich quasi jeder 3D-Drucker einfach upgraden lässt. Auf dem Event wurde die vierte Version des Systems gezeigt, mit verbesserter Software und vielen Zubehörmodulen wie Encoder, um die Schritte der Motoren zu überwachen, oder einen Filament Cutter. Besonders ist, dass keine Modifikationen an der Firmware oder Elektronik des Druckers vorgenommen werden müssen. Es handelt sich also um eine Art Plug-and-Play-Upgrade für jedermann. Die Version für Prusa MK4 kostet zur Zeit 179 Dollar. Am Stand wurde das Mehrfarb-Upgrade an einem Ender 3 und dem neuen Piopoli Magneto X gezeigt. Das ist ein sehr spannender Drucker, der mit Features wie Linearmotoren kommt, wodurch keine Riemen mehr benötigt werden. Die Druckqualität war leider nicht so umwerfend, ich bin aber sicher, dass hier noch mehr optimiert wird. Die restlichen Mehrfarb-Drucke hingegen sahen sehr überzeugend aus und ich bin der Meinung, dass dies ein sehr gutes Multimaterial-Upgrade ist. Am Stand von dfh.fm gab es viele sehr spannende 3D-Drucker, wie einen Polardrucker, diverse modifizierte Vorrons und diesen True Flying Gantry Drucker. Vorron 2.4-Drucker kommen mit einem sogenannten Flying Gantry, wobei das Druckbett fest verschraubt ist und sich der Druckkopf in XY- und Z-Richtung bewegt. Die XY-Konstruktion wird dabei von vier Motoren in Z-Richtung hoch und runter gefahren. Natürlich fliegt hier normalerweise nichts wirklich. Die Leute von diesem Stand hingegen haben den Namen spaßeshalber verwirklicht und die Z-Motoren durch kleine Turbinen ersetzt. Das Ganze funktioniert wirklich und die gezeigten Drucke mit einer 1,8mm-Düse sahen gar nicht so schlecht aus, auch wenn es natürlich eher unpraktisch ist. Ich habe noch nie einen lauteren Drucker erlebt, angeblich sollen es über 100 Dezibel sein. Insgesamt dennoch ein cooles Projekt. Nun zu einem der vermutlich spannendsten Stände auf dem Event. Rack Robotics hat ein offenes System zum Funken-Erodieren, auf Englisch Electrical Discharge Machining, kurz EDM, vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Fertigungsverfahren, bei dem Material durch elektrische Entladung zwischen einem Werkstück und einer Elektrode entfernt wird. Da dieser Prozess in einer Flüssigkeit stattfinden muss, hat Rack Robotics das gesamte Gerät einfach in ein Aquarium gestellt. Derzeit gibt es einmal ein Upgrade-Kit für Ender 3, aber auch separat die Elektronik. Verglichen mit den üblichen Preisen für EDMs ist dies ein wahrer Game Changer. Mit dem Verfahren lassen sich zum Beispiel sehr detaillierte Blenden zurechtschneiden. Auch wurde eine Düse gezeigt, in die ein Stern geschnitten wurde. Solche Dinge finde ich absolut beeindruckend. Falls euch auch weitere Details zu diesem System interessieren, schaut gerne in die Videobeschreibung. Es wurden einige Interviews mit den Jungs von Rack Robotics veröffentlicht, die sehr zu empfehlen sind. Nun aber zum Stand von Minchin, dem Sponsor des heutigen Videos. Minchin ist eine Firma, die sich auf Kameras zur Überwachung von 3D-Druckern spezialisiert hat. Mit der BeagleCam kann man seine 3D-Drucker über WiFi aus der Ferne beobachten. Außerdem lässt sie sich direkt in Clipper, also das Webinterface von Mainsail oder Fluid, integrieren. Am Stand hat mich persönlich die AI Nozzle Camera am meisten beeindruckt. Dabei handelt es sich um eine kleine, leichte Kamera mit integrierten LEDs und Autofokus. Diese kann in der Nähe der Düse am Toolhead installiert werden. Es gibt bereits fertige Befestigungen für diverse Drucker, wie zum Beispiel den Prusa MK3S. Damit lassen sich dann nicht nur spektakuläre Videos aufnehmen, sondern dank der Kooperation mit Obico auch noch die Open-Source-KI-Überwachung verwenden. Dieses System kann entweder selbst lokal gehostet werden oder über die Cloud von Obico laufen. Die KI erkennt, falls Probleme mit der ersten Schicht auftreten, dass Material zum Beispiel nicht am Druckbett haftet. Dann kann der Druck entsprechend frühzeitig abgebrochen werden, was Schlimmeres verhindert. Das wurde auch live auf dem Event demonstriert und hat wirklich sehr gut funktioniert. Schaut daher gerne mal bei Mainschen vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich muss gestehen, dass ich den Stand von Oli 3D zunächst fast übersehen hätte. Die Produkte haben mich jedoch überzeugt. Diese Firma bietet Zubehörteile für 3D-Drucker an und hat sich dabei ganz besonders auf verbesserte Fanshrouds für Prusa spezialisiert. Was erstmal eher unspektakulär klingt, scheint eine größere Wirkung zu haben, als ich zunächst dachte. Zum einen bieten die Shrouds einen besseren Luftstrom, wodurch schneller gedruckt werden kann und laut Hersteller Überhänge von bis zu 80 Grad möglich sind. Außerdem sind die Shrouds magnetisch befestigt, wodurch sie sich leicht abnehmen lassen, wenn man zum Beispiel die Düse tauschen oder das Hotend reinigen möchte. Auch im Falle eines Crashs kann es praktisch sein, wenn die Teile nur herunterfallen, anstatt abzubrechen. Insgesamt hat mich das System sehr überzeugt und ich habe das Kit für MK3S und MK4 mitgenommen. Am Stand von Fabrico und Redrick wurde der kürzlich vorgestellte V-Core 4 gezeigt. Tatsächlich war das Remerf eine der ersten Gelegenheiten, diesen Drucker live zu sehen. Ich habe Sonat von Redrick interviewt und so die Kernfeatures und Details des neuen Druckers in Erfahrung gebracht. Ähnlich wie beim Vorgänger V-Core 3.1 gibt es auch hier die Größen 300, 400 und 500 mm. Neu sind die drei Variationen Standard, Hybrid und Idex. Die Standardversion ist eine normale Core XY Kinematik. Bei der Hybridversion kommen zwei Motoren für die Y-Achse dazu und bei Idex erhält man zwei unabhängige Extruder für den Multimaterialdruck oder zur parallelen Nutzung. Auch der Rahmen wurde verbessert. Dieser lässt sich nun leichter zusammenbauen und alle drei Versionen nutzen denselben Rahmen. So ist ein Upgrade von der Standardversion zu Idex problemlos möglich. Das Kit ist außerdem nun vollständig, heißt auch die Kabel und Befestigungen für die Elektronik sind enthalten. Das war beim Vorgänger nicht der Fall. Ein V-Core 4 400 Kit liegt auch bereits seit ein paar Wochen bei mir zu Hause und ich werde es in der nächsten Zeit aufbauen. Weitere Details zu diesem Spannendrucker folgen demnach in Kürze hier bei Yantec. Am Stand von Hedgehog Makes wurden drei dieser Vorron Stealth Changer ausgestellt. Ich finde den Ansatz sehr interessant, da Vorron Drucker allgemein als zuverlässige und präzise Core XY Drucker gelten. Kombiniert mit Tool Changing ergeben sich sehr viele Möglichkeiten, vom Mehrfarbdruck hin zu löslichem Support Material und der Kombination von technischen Filamenten. Am Stand wurden einige Beispieldrucker ausgestellt. Ich finde es macht unglaublich viel Spaß, den Druckern beim Wechseln der Tools zuzusehen. Den Link zum Vorron Stealth Changer Projekt auf GitHub findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr kennt vielleicht den Kanal von Hendrik. Er macht Electroplating und ist ebenfalls aus Deutschland zu dem Event gereist. An seinem Stand konnte man sich Projekte aus seinen Videos ansehen und einen Einblick davon bekommen, wie der Prozess des Galvanisierens funktioniert. Nach dem Drucken muss das Bauteil abgeschmirgelt und poliert werden, damit die Oberfläche absolut glatt wird. Dann werden Lücken im Druck gefüllt und im Anschluss Kupfer-Leitlack aufgetragen, wodurch sich das Bauteil dann im Elektrolyt beschichten lässt. Als Hendrik zwischenzeitlich eine Pause brauchte, habe ich seinen Stand übernommen, inklusive Kittel. Nach dem Event sind wir dann noch zusammen in die Rocky Mountains gefahren und haben die Vision Pro im Apple Store getestet. Filamentcolors.xyz ist eine Datenbank für Filamentfarben. Ich habe diese Plattform schon öfters genutzt und habe mich daher sehr gefreut, die Betreiber auf dem Event persönlich zu treffen. Am Stand wurde zum Beispiel gezeigt, wie die Fotos der Samples gemacht werden. Dafür wurde extra ein Gerät entwickelt, mit dem sich diese immer gleich ausrichten lassen und wodurch sichergestellt wird, dass das Licht stimmt, damit kein Fehler in der Bestimmung des Farbtons auftreten. Mein Ziel ist es, eine ähnliche Seite für die mechanischen Eigenschaften von Filamenten aufzubauen. Ich hoffe, die hier gezeigten Stände haben euch gefallen. Ich arbeite zurzeit noch an einem ausführlichen Video rund um meine Reise zum Rocky Mountain Rap Rap Festival in den USA. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. wird auch das nicht zu verhalten. All backstage Bao